Ferdinand Pöllert Hi, hier ist Ferdinand Pöllert und ihr glaubt nicht wo ich jetzt bin, und zwar an einer saugeilen Stelle. Entschuldigt, aber das hinter mir ist der Rio de la Plata, der Silberfluss, glaube ich. Und ja, es ist irgendwie schon ein geiles Gefühl. Also wenn man so ein Ort ist, von dem man wirklich schon viel gelesen hat und viele Geschichten gehört hat, viele Bilder gesehen hat. Aber wenn man mal wirklich dort ist, ja, geil. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, also ich bin jetzt so weit im Süden, da hinten, wenn man raus geht, das ist erstmal wirklich weit, weit, weit. Also das ist nur eine Flussmündung. Da drüben, was man auch nicht sehen kann, da ist dann noch Uruguay und was auch immer. Und dann wenn man hier raus fährt oder wenn man hier volle Kanne rüber fliegt, dann trifft man nicht mal in Afrika. Wir sind ja sogar schon südlicher als südlichste Spitze Afrikas. Das heißt, von hier aus nach Osten, da geht es einmal um den halben Erdball rum, tausende von Kilometern. Und irgendwann würde man dann auf die Südküste Australien stoßen. Also, krasses Gefühl. Okay, warum mich dieser Fluss oder die Ecke irgendwie schon immer gereizt hat, irgendwie schon als Kind. Also, wie ich ganz klein habe, bin ich auf die Geschichte gestoßen von diesem berühmten deutschen Kriegsschiff, diesem Panzerschiff Graf Spee. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal davon gehört hat, es ist wirklich eine spannende Geschichte. Also, es geht halt los kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Also, man sich in Deutschland nicht sicher ist, okay, geht der Krieg mit England los oder nicht. Und was man dann gemacht hat, ist, dass man die Kriegsschiffe schon mal raus auf den Atlantik geschickt hat, weil man halt Angst gehabt hat, dass die Engländer so machen wie im Ersten Weltkrieg und einfach die Nordsee dicht machen. Und zum anderen brauchte man natürlich die Kriegsschiffe draußen auf dem Atlantik, weil England als Insel war sehr von den Importen aus Amerika und aus seinen Kolonien abhängig. Und dann war das natürlich der naheliegendste Weg für die deutsche Kriegsmarine, die Handelsschiffe zu stören. Und so gab es eben das Panzerschiff Graf Spee, das war extra dafür konzipiert, dass es halt nicht besonders schnell war, aber es war relativ gut bewaffnet und konnte lange Distanzen fahren. Und dieses Schiff unter seinem Kapitän, Graf, nicht Graf, Langsdorf, wenn mich nicht alles täuscht, ist halt losgeschippert und hat dann auf Atlantik gewartet. Und dann, was ja jeder weiß, ist der Krieg losgegangen mit England und Frankreich und die Graf Spee hat auch losgelegt und hat halt schön sich die englischen oder die alliierten Handelsschiffe weggepflückt. Die waren da auch damit sehr erfolgreich und der Kapitän Langsdorf hat sie auch international in Namen gemacht, weil er halt extrem ritterlich war. Bevor er so ein Handelsschiff versenkt hat, hat er immer die feindliche Besatzung rüber geholt und hat die auf seinem Schiff untergebracht und hat dann erst das feindliche Schiff versenkt. Und nachdem es dann mal eine große Anzahl Gefangener war, hat er die dann auf ein gekarptes Schiff gesteckt und wieder in die Freiheit entlassen. Also so haben sich halt die Männer von der Graf Spee so einen Namen als Ritter der Meere gemacht. Und er ist halt dann rumgeschippert, Nordatlantik, Südatlantik, hier draußen, auch mal um Afrika rum, kurz in den Indischen Ozean, um eine lange Geschichte halt kurz zu machen. Irgendwann ist es tatsächlich das Glück verlassen und nicht weit von hier, draußen auf dem Meer, sind sie von einem englischen Geschwader, von mehreren englischen Kriegsschiffen gestellt worden. Es kam zum Gefecht, das relativ ausgeglichen war, aber halt die Graf Spee hat einen ungünstigen Treffer in die Öltanks bekommen. Und dann hat sich halt der Kommandant entschlossen, den Kampf abzubrechen und erst mal nach Uruguay, nach Montevideo einzulaufen. Es war ein neutrales Land, aber da durften ja Kriegsschiffe eine bestimmte Zeit dort bleiben, um notwendige Reparaturen etc. durchzuführen. Also es ist auf Anker gegangen, es ist ja auch mit den Reparaturen angefangen. Die großen Sachen hätte man allerdings halt nicht dort vor Ort beheben können. Und die Engländer haben halt immer mehr Druck auf Uruguay gemacht, dass sie die Deutschen nicht lange im Hafen lassen, sondern die Deutschen wieder rauspushen, weil die hatten mittlerweile draußen auch Verstärkung angesammelt und wollten die halt versenken. Und dass er dann den Kapitän wirklich in eine schwierige Lage oder vor eine schwierige Entscheidung gestellt, also wirklich eine klasse Entscheidung. Von seines Sicht und seinem Wissen, er muss der Entscheidung fällen, okay, gehe ich raus, kämpfe ich mit der überlegenen englischen Macht, ich komme nicht weg, weil mein Schiff langsamer ist als denen ihr es, und höchstwahrscheinlich verliere ich es auch, weil die Feinde einfach stärker sind. Und will ich das machen und dabei halt hier hunderte von Matrosen auf meiner Seite und auch auf der feindlichen Seite opfern, oder suche ich mir einen anderen Weg. Und er hat dann die Entscheidung getroffen, er ist mit dem Schiff ausgelaufen, hat dann, nachdem er da draußen auch ein Fluss war außerhalb der Drei-Meilen-Zone, die gesamte Mannschaft von Bord gehen lassen und sie haben das Schiff gesprengt, unserem Schiff selber versenkt. Jahrzehntelang konnte man dann noch, also nicht von hier, aber da draußen, das Schiff aus dem flachen Wasser ragen sehen. Die ganze Sache ist dann, allerdings hat das noch relativ tragisch geändert, weil sie sind dann zurück nach Uruguay, sie sind da auch erstmal interniert worden, und dann hat halt die internationale Presse eine wirklich üble Hetze gegen ihn angefangen und hat ihm halt unterstellt, er wäre zu feige gewesen, sich dem Kampf zu stellen. Und das hat so schlimme Züge angenommen, dass dann eines Abends er die Konsequenzen gezogen hat und sich in seinem Hotelzimmer erschossen hat. Er hat auch einen langen Abschiedsbrief geschrieben, in dem er halt klargestellt hat, dass er die volle Verantwortung übernimmt und dass er einen sinnlosen Kampf vermeiden wollte, aber um halt zu zeigen, dass er keine Angst vor dem Sterben hat und dass ihm auch seine Ehre etwas gilt, hat er sich dann, traurigerweise, selber erschossen. Ist eine krasse Geschichte und ich will mir da auch kein Urteil anmaßen, weil ich war noch nicht in der Situation. Ich weiß nicht, von euch war wahrscheinlich auch noch keiner da drin. Aber es ist immer interessant, darüber nachzudenken, was hätte ich in so einer Situation gemacht. Aber zusammenfassend kann man halt nur sagen, die Leute, die Matrosen, der Kapitän, sie haben ihre Pflicht getan, so nach bestem Wissen und Gewissen und sie haben am Ende auch die Verantwortung für das getragen und für das übernommen, für ihre Entscheidungen übernommen. Und das ist es, denke ich, worauf es ankommt. Wie auch immer die Verantwortung und die Konsequenzen dann aussehen, die man daraus zieht. Gut, das wollte ich euch nur mal erzählen, also dass ihr nicht denkt, okay, hier so JWD, das hat ja mit uns oder Deutschland überhaupt nichts zu tun. Also da ist diese tragische Geschichte, wenn euch ein bisschen mehr mit Argentinien befasst, die letzten 200 Jahre, da sind auch wirklich jede Menge Deutsche ausgewandert. Also hier um die Ecke im Stadtzentrum, das berühmteste Ingenieursinstitut in Argentinien, es ist das Otto Krause-Institut. Otto Krause hört sich jetzt nicht unbedingt so spanisch an, ist es eben auch nicht, weil ein Junge von Nachfahren, von deutschen Einwanderern und und und. Also es gibt da durchaus viele Verbindungen und viele interessante Geschichten, mit denen man sich mal befassen kann. Okay, es war ein bisschen was anderes heute, aber ich denke, solche Geschichten können bei einer Reise auch ab und zu mal mit dazu. Okay, bei mir geht es jetzt hier weiter, der noch ein bisschen spanisch üben und ein bisschen das schöne Wetter genießen. Wünsche euch alles Gute und Gefahr und viel Spaß, wie immer. Macht's gut.